herzlich willkommen auf der leipziger buchmesse es ist freitag und eigentlich war ja scheiß wetter hervorgerufen aber wenn ihr mal da hoch guckt es ist einfach zu geiles wetter von dem her hier ist nichts schlecht es sieht auch nicht danach aus wie wenn hier irgendwann mal noch regen kommt es ist einfach super 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 tolles wetter wir haben kurz vor 10 uhr gleich geht auch noch die halle auf dann kommen wir überall rein im moment ist nur hier die glashalle für alle geöffnet hier drinnen ist es super bequem und Ascha winkt schon ins bild